Prozent Prozent wie ist mein ganzes Jahr jetzt geht's ich bin alle weg die sich er die ich bin doch gar nicht weg ich meine die Leute da ich bin aufs Spiel eingegangen ach so sagt das doch ja anscheinend Prozent der König irgendwie die keine Lust mitzukämpfen der denkt wir sind gut um das alleine zu machen dann müssen wir wohl nach dem Bosskampf dann müssen wir wohl Granaten werfen ich hab meinen Cut jetzt gerade gemacht wie dieser Kampf ausgeht erfahren wir in der nächsten Folge Bestende ever absolut und wieder hallo und so da sind wir auch wieder da und ich bin gleich tot der Dicke verfolgt mich Granate das macht das Schaden Alter wir haben getötet ja oder nicht oder und die bestehen werden die bisher auch so groß wie du ja Blutverlust meiner Achillusferse ja ha 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 so gut Maxi bist du noch da ja ok ich hab die andere Hälfte des Schadens gemacht das ist schön dann waren wir sinnvoll ich weiß nicht mehr darf ich jetzt wieder Donnerkeile machen nein ich würde das gerne zu einem Gruppenentscheid machen Errungenschaft freigeschalten kann oh Vlad schau mal an oh der hat bestimmt kein Vampir ist ja wollte ich gerade sagen der absolut kein Vampir ist darf der sich übrigens jetzt halt bevor wir da hingehen darf ich mal kurz mal unseren Stab holen ich glaube gegen Vlad kann ich ganz gut Granaten werfen weil wir wissen Vampire sind empfindlich gegen Granaten ist ja kein Vampir hörst du nicht zu das stimmt aber alles andere ist auch sehr empfindlich gegen Granaten oh oh war das knapp ok bei Fuß komm ich werde schon eine Aufkammer haben wie jemand seine Katze quält ach so ich dachte er spricht nur mit Vlad komm Vlad Gott bei Fußgänger Vlad komm komm geh vom zweiten Bild hinweg Kanzengeräusche Level geschafft fuck yeah ja dafür hat sich natürlich ein neuer ne neues ne neue Aufnahmesession sehr gut gelohnt naja also die Folge Bestfolge EUW funfucking tastisch ah jetzt dürfen wir wieder schön über über den Dinges drauf reden alter Yuki was machst du vom zweiten Bildschirm bist du behindert warum hast du deine Katze Schnee genannt warum hast du einen zweiten Bildschirm ähm Open Vodcaster würde ich sehen ob alles läuft ich habe übrigens eine Maske auf was ich habe übrigens eine Maske auf äh cool warum hat warum ich bei Barry Strohrom dann blass mir doch ein mhm das ist ein USK 16 let's play Strohrom äh Lecker 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 ab geht's auf geht's auf geht's auf geht's äh ich bin lieber nein ich bin auf dem Dessert oh ja ha 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 er lebt ja jetzt noch nicht direkt in den Schild ich bin dabei war es ich bin dabei waren so so oh nein wie bin ich denn da hinten gestorben nicht nass werden er lernt es aus das gibt es schon immer ist also ankommen das sieht ja doch das ist ich bin einfach ganz nah neben euch dann werde ich auch ganz bestimmt nicht getroffen und wo man schon wer ist denn das da? Achso das ist Baumkrieg also ich muss sagen was Teamplay angeht ist für mich Baumkiller gerade der kompetenteste hey ich habe keine Ahnung wie man Blizzard macht kann man nicht hoch? Ach deswegen bist du der kompetenteste ich bin der kompetenteste ungefähr so wie machen wir dieses Teil in der Mitte von dem Zauber? das ist Q nein R und Q kann ich mich wieder aufheilen? ja kann ich so wuui was habe ich denn jetzt gemacht? Egal auf ihn Granate er kommt direkt auf der Stuhl wieder mir bitte ja Treffer wir mussten diesmal gestorben ich hatte wenig HP und dann hat er mich mit sein ich kann nicht mit seinen roten Strauß ja wer ist das? hoppala da bist du wieder Granate ja bitte in die Stuhl Granate au au das war ich jetzt nicht uuuh hier mit euren Granaten ey Granaten sind toll ja total verändern die Welt Granaten sind gut Granaten sind gut gegen Gesundheit was war das? ich kann es nicht sein ich war tot alter danke dafür wieso ist der so stark? der ist nicht stark der ist nicht stark wer macht den Tornado? macht ihr das oder machst du das? äh das war Masi glaube ich das ist schon gut besiegt ach nein ja das ist ja gar kein Erfolg nochmal ne? juhu die Folge fängt sehr sehr gut an wir sollten weniger gegeneinander kämpfen von mehr gegen ihn ähm wir müssen noch mal Blizzard holen oder? äh nein ich glaube den gibt's schon jetzt den Haaschall danke dass du mich auf den Desktop schickst jetzt habe ich wieder keinen Stab hab ich wieder keinen Stab ich hab Blizzard nicht doch wir brauchen wieder Blizzard ok ne mich kann man nicht heilen ich heil mich selber wir müssten mal da 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 danke da weil ihr weit macht klop 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 kl I will survive! Yeah! Patriotismus! Bumm! Gut geworfen! Ich bin sehr stolz auf dich! Ich auch! So, ich besieg den jetzt Solo! Kriss! Der ist aktiviert! Ja! Das ist einfach krass! Stab des Krieges! Sehr schön! Gibt doppelte HP Anzahl! Ist Mossi wieder tot? Nein! Aber wir müssten mal schauen, wer jetzt noch wie lange kann! Oh, der Stab ist cool! Der gefällt mir! Ja, auf mich eingeht! Danke! Ja, ich kann noch etwas! Ich besprichst du sowas in der Folge! Besprichst du sowas in der Folge? Ja, wir sind ja! Weil... nicht mehr lange! Je kürzer, desto besser! Okay, das heißt, eigentlich sollten wir ...den explodieren lassen! Eigentlich, äh... ja, das auch! Spätestens beim nächsten Checkpoint sagen, das ist was! Oh, weg da! Lass mich weg! Okay! Fuck, Granate! Fuck, Granate! Ja! Genau die! Be... Ja, oder... ...beenden wir jetzt, weil wir jetzt noch ziemlich am Anfang sind! Ich würd sagen, bis zum nächsten Checkpoint! Wir haben jetzt gerade den... ...dösewichter besiegt! Ich hab jetzt auch gerade erst die Folge angefolgt und so... ...jetzt kann ich dich beenden! Ja, das ist ein Verständnis! Genau, wir können jetzt nicht zu Ende machen! Ich glaube, das steht einer! Das ist geplant! Okay, also... ...irgendwie hängt mein Internet oder euer Internet gerade? Also, bei mir steht jetzt alles! Ja, du bewegst dich auch gerade nicht! Okay, jetzt geht's doch! Jetzt geht's wieder! Jetzt ist der schöne Stab weg! Oh boy! Unerhört! Die Sau! Die kann er nur! Dann stell dir mal Nachforschungen an! Aber lass uns durch! Oder mach den Scheiß mal selber! Das wäre auch ne Möglichkeit! Wiedersehen! Ich geh einfach hier weg, ne? Warte, heilen ihn! Oh, sorry! Da kommt, jetzt machen wir hier ein bisschen... Jetzt lass uns mal tryharden! Ja, genau! Donate! Äh, das verstehst du unter Tryharden? Granaten sind tryhard! Eindeutig! Snorri ist unser Tank! Ja, es ist noch nicht der Dritte Weg! Wer hat da Heilsteine hingesetzt? Das war ich! Das war meine Wenigkeit! Warum?! Weil ich zufällige Zauberwirke! Warum?! Weil ich mir nicht merke, ob ich was fehlt! Deswegen, äh... Upsala! Rasch ich einmal über die Tastatur und mach deinen Zauber! Let's finish now! Das ist doch das Schöne an Magica! Nimm dir nicht ausgerechnet meinen Randomness! Damit ist es immer eine Überraschung! Manchmal liege ich heilen, manchmal explodieren sie! Tschüss! Fett! Hopp, 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 hopp! Hm... Wiederbeleben, bitte! Moment! Dankeschön! Ach, wir bewegen sich seit der Plattform! Genau, da war ja was! Ah! Ich bin schon wieder tot! Charge! Okay! Oh, oh! Granate! Meine Minen verschwinden immer so weit! Granate! Au! Der ist aber weit weg! Au! Äh... Ich hab ein bisschen Angst! Au! Massi! Ja! Aua, aua! Hoppala! Aua! Warum schieß ich über den Weg? Wahrscheinlich, weil wir höher sind! Geh mal einen Schritt zur Seite bitte! Geh mal einen Schritt zur Seite bitte! Geh doch! So! Habe ich! Charge! Oh, oh, oh! Nein, nein! Komm, charge du nicht! Hallo! Bitte in die Luft fliegen! Hallo! Oh, oh! Granate! Okay! Danke! Oh, man! Wiedersehen! Ja! War schön, auf dieser Welt zu sein! Angrößen mit meinem Heilschwert! Man könnte sie auch einfach von der Plattform werfen, glaube ich! Nur wenn sie sich materialisieren! Oh! Hopp! Komm! Weg mit dir! Geh doch! Aaaaah! Hilfe! Nicht runterschubsen hier! Nein, 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 nein! Oh, ich bin na... 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 Was? Jetzt nicht mehr! Huh! Da war ich aber ziemlich nah an der Kante! Wow! Eiß dir auch mal einen hier! Seriously! Oh, sorry! Versuch's doch! Ich werde noch einen Zauber! Na... Danke! Danke! Wiedersehen! Ich wollte mal gehen! Ab, jetzt! Geh zu mir runter mit dir! Geh doch! Dance run! Wow! Da komm ich noch rüber! Da schau ich noch! Ach! Ich nicht! Wiedersehen! Tschüss! Wiedersehen! Ich hätt's fast geschafft! Na! Ich... Glaub... Danke! Seht ihr? Ich bin als Erster drüben! Verdammte Scheiße! Ich hab Sky... Ich weiß, dass ich auf do not disturb gestellt hab! Aber ich hab die ganze Zeit diese scheiß Töne im Hintergrund vom Skype! Ich glaube... Das ist ne gute Idee! Äh... So ging das genau! Oh oh! Oh oh! Da kommt was geflogen! Granate! Ob's ne gute Idee ist, während des Meteoriten-Schauers Crash-to-Desktop zu machen? Nein! Komm, da ist der Speicherpunkt! Die wird jetzt sterben! Charge! Siehst schon! Charge! Charge zum Speicherpunkt! Los! Schnell! Das krieg ich jetzt! Geschafft! Jetzt können wir uns alles erlauben! Jetzt dürfen wir alles kaputt machen! Gemacht! Okay, sehr gut! Ich fang bei dem was hier an! Ich fang bei dem was hier an! Ich fang bei dem was hier an! Ähm... Ja, ich... Granate! Folge, oder? Die Flasch zurück! Nicht nur ein großes Spektakel! Ja, ich... Charge! Komm, einer macht Blizzard, einer macht Meteoriten-Schauer! Freu mich! Das finde ich gut! Okay! Okay! Aber ich kann das nicht! Mit diesem... Ich auch nicht! Dann... Granate! Also, Blizzard! Drück genau das, was ich dir sage! Okay! Und mach's! So, warte! Dann mach... Dann mach ich eine Meteoriten-Schauer! Hör doch mal auf! Blut! 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 Konzentrier dich! Ja! Du drückst R! Nein! Nicht die Granate! Oh Mann! Also, der letzte hat wieder überlebt! Das war eine schöne Folge! Wir sehen uns! Ciao, ciao! Hahahaha! Good job, everyone! Hahahaha! Das ist eine Dach...